Rekord, außen, dreh dich rein. Leonard, du kommst hier hin, weil ihr seid jetzt erst die Abwehrspieler. Du kommst raus, Kaspar, und du gehst da als erster Gegner. Hier in der Mitte. Nein, gar ohne Schusszone ist es nicht mehr. Ich überdreck mich. So, Leonard, du musst noch ein Stück weiter nach da. Und Kaspar, du gehst da raus. So, pass auf, folgende Situation. Geh noch ein Stück vor. Der Leonard zählt jetzt noch nicht. Erst wenn ihr zurückkommt. Ihr macht drei. Gegen eins. Endlos. Wenn der Ball drin ist, sofort auf die andere Seite gegen Leonard. Leonard. Wenn die da vorbei sind, taust ihr bei die Fenster. Du darfst immer wechseln. Du bist raus, du bist rein. Moment. Du bist jetzt raus. So, wir machen mal langsam, damit ihr versteht. So, los geht's. Leonard, du darfst nichts machen jetzt. Gleich, wenn die kommen. So, jetzt habt ihr drei gegen eins. 1-0. So, sofort weiter. Jetzt. Gegen Leonard. Jetzt hast du verstanden, ne? So, bleib hier. Bleib hier. So, der ist gut. Und 2-0. Wechseln. Und Attacke auf Kaspar. Und Stoppik noch zwei. Du bist danach dran. Und du wechseln. So, es geht. Jetzt hält dich. So, jetzt geht's. Und Tempo machen. Pass. Und Tor machen. Klasse. Fall nehmen und sofort weiter auf die Ehe. Hier wechseln. Weiter, weiter, weiter. 3-2. 4-2. Warten. Nächster Ball. 4-2. Gelb hat. So, grün. Du wirst nicht. 4-2. So, los geht's. Noch 30 Sekunden. Oh. Ganz ruhig. 4-3. Und nächster Angriff. Wechseln. So, jetzt habt ihr's drauf. Jetzt habt ihr's drauf. Und Richard. Klasse gemacht. Wir brauchen meine Beine. So, nächster Angriff noch. 20 Sekunden. 4-4. Der gewinnt. 4-4. Gut gespielt. Regal machen. 5-4. Nichts Angriff. Ich muss noch ein Mal machen. So, und. So, 3 gegen 1. Schöner Pass. Und Stopp. 6-4.